Hallo und herzlich willkommen bei eurem Zielgebel. Schmorn, ich bin's doch bloß. Ich hab ein neues Headset und das war bestimmt gerade voll schlecht. Keine Ahnung, ob ich da als, ja weiß ich nicht, Synchronsprecher fähig wäre für den Commander. Aber jedenfalls bloß ein kleines Video. Ich hab ein neues Headset. Meine Stimme ist jetzt ein bisschen anders, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ein bisschen tiefer oder auch höher. Und dann, was ich jetzt noch sagen wollte. Die Spiele, die jetzt kommen werden. Also ich hab ja jetzt gerade Borderlands, also Let's Play. Sims 3, wo ich auf jeden Fall weitermachen werde. Also Sims 3 macht mir so einen riesigen Bock. Also ich hab da so viel Bock auf das scheiß Spiel, das ist der Wahnsinn. Also da werde ich nicht aufhören. Borderlands auch nicht, das mache ich fertig. Knallhart ziehe ich das durch. Vielleicht auch nicht, aber ich ziehe es auf jeden Fall knallhart durch. Und dann der Nachfolger von Kingdoms of Amalur Reckoning. Habe ich jetzt zwei Ideen. Also es gab schon mal so eine Umfrage. Und da hat dann Uncharted 3, ja sozusagen gewonnen. Und ich hab's jetzt schon aufgenommen. Uncharted 3 von Kapitel 13 bin ich jetzt gerade. Scheiß Mission, ey. Und Kapitel 13 bin ich jetzt gerade eben. Oder es könnte noch ein anderes Spiel geben, was ich zuerst hochladen und jetzt playen werde. Das könnte sein Resident Evil Operation... Nee, ich mein... Cartoon. Cartoon. Irgendwas, ein komisches Wort mit O. Entschuldigung. Ich bin gerade erkältet. Entschuldigung, ich bin gerade erkältet. Resident Evil Operation City Tycoon Scheißdreck. Irgendwas so in der Richtung halt. Keine Ahnung. Also ob jetzt entweder Anshate 3 oder eben Operation City Resident Evil Scheißdreck kommen soll. Das könnt ihr gerne entscheiden. Und einfach in die Kommentare schreiben. Wenn's euch wurscht ist, schreibt irgendwas hier oder gar nichts. Ist mir erwischt. Dann mach ich irgendwas anderes. Keine Ahnung. Dann mach ich, weiß ich nicht, Häschen. Häschen, Zählen. Und es kommt bald ein Special. Ein 666 Komponenten Special kommt jetzt bald. Und dann kommt auf jeden Fall was ganz Großes. Da kommen auch so kleine Clips jetzt immer. Und dann muss ich mal euch ein bisschen da drauf vorbereiten. Auf das ganz Große. Also einen fetten Fang fürs Gucken. Schön, dir noch bis zum nächsten Mal. Und bleibt so schön. Tschüss, ne.